Das Projekt hat eine unglaubliche Bedeutung. Es ist ein Stück Industriegeschichte, eine erfolgreiche Industriegeschichte, die sich hier fortführt mit einem innovativen Projekt, das innovative Firmen hier in der Region erhalten und auch neu anziehen sollte. Das freut mich unglaublich, dass wir das Projekt heute mit diesem Spatenstich weiterführen dürfen. Kann Updown Basel hier in Arlesheim im Wettbewerb gegen andere Areale bestehen? Ja, durchaus. Arlesheim ist eine innovative Gemeinde mit einer sehr günstigen Steuersituation. Von daher prädestiniert für Unternehmen. Man muss sehen, dass man gute Rahmenbedingungen schaffen muss. Für innovative Unternehmen, Arlesheim macht das. Das ist gut für das Baselbiet, das ist gut für die Region Basel.